Vor drei Tagen hat er zweimal fast meine Küche abgebrannt. Oh, will ich was sagen? Ich dachte, ich würde sagen, dass du selber fragst. Ganz kurz, ich muss das sagen, haltet euch fest, haltet euch wirklich fest. Er ist 19 Jahre alt und hat Butter, wir hatten Butter, in so einer Plastikschale. Und da waren nur noch ganz wenige Reste drin. Und ich habe zu ihm gesagt, tu noch die restliche Butter rein. Und die war natürlich fest und wir brauchten die Butter flüssig. Und du hast nicht das ganze Ding da reingehaut? Er hat das ganze Ding. Das trägt Gänsehaut, wenn ich einen Löffel die ganze Zeit hat. Er hat das ganze Ding in die Mikrowelle, macht's an, geht weg. Er macht die Mikrowelle an, ich dreh mich um, Funken, Bütze, Feuer, alles drum, ich Hamza, Hamza. Und anstatt, dass er hinrennt und es ausmacht, er rennt weg. Ich habe Angst. Das stimmt nicht. Natürlich habe ich sie erst mal gerettet und Sicherheit gebracht und dann habe ich das gemeistert. Okay, also wir halten mal fest, kochen mit dir kann schon lebensgefährlich sein. Ich kann voll gut kochen. Also, Entschuldigung, aber.